Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 11. Juni Die Liebe ist langmütig. 1. Korinther 13, Vers 4 In einer Gesellschaft erzählte jemand von einem kleinen Jungen. Er hat alles, was das Herz sich nur wünschen kann. Alles kann er bekommen von seinem reichen Vater. Nur keine Liebe. Die Eltern sind geschieden. Dieser arme, reiche Junge wächst in einer lieb-leeren Welt auf. Wie viele Menschen mag es wohl geben, denen es wie diesem kleinen Jungen geht? Kein Mensch hat ihnen Liebe gezeigt. Das ist ein Ruf an uns Christen. Die Welt hungert nach der Liebe, die der Heilige Geist in unseren Herzen wirken will. Die Liebe ist langmütig. Man könnte das Wort, das hier im griechischen Text steht, auch so übersetzen. Die Liebe hat ein weites, großes Herz. Wir sind so engherzig. Wir lieben höchstens Leute, die uns sympathisch sind. Die richtige Liebe umfasst auch die unsympathischen. Ja, der Herr Jesus sagt sogar, liebet eure Feinde. Damit das geschehen kann, muss der Heilige Geist schon eine rechte Herzensausweitung bei uns vornehmen. Die lateinische Bibelübersetzung überträgt zu. Die Liebe kann leiden. Sie kann sich viel gefallen lassen, ohne zu ermüden. Wie weit sind wir davon entfernt? Solche Liebe können wir bei unserem Erlöser, bei Jesus, lernen. Wie hat er gelitten, als er für unseren Kreuze hing? Aber er hat nicht aufgehört zu lieben. Was haben wir ihm schon angetan? Und er liebt uns immer noch. Das ist eine Liebe, sagte erschüttert ein junger Gottloser, als er zum ersten Mal davon hörte. Das ist eine Liebe. Herr Jesus, befreie uns von unserer Engherzigkeit und lehre uns recht lieben. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.